Hallo, zurück zu einem neuen Vlog. Falls ihr euch wundert, warum es schon so ein bisschen dunkler ist, wir sind jetzt schon gegen 3 Uhr und ich habe bisher noch nicht gevloggt, weil, wie es passiert ist, also wir haben heute ziemlich lange geschlafen, haben vorhin in Ruhe gefrühstückt und dann habe ich mich langsam angefangen fertig zu machen. Heute ist der erste Weihnachtstag, also gestern war ja Heiligabend, aber bei uns feiert man Heiligabendweihnachten noch nicht so richtig, deswegen kommt erst alles heute. Meine Schwester und ihr Volkta kommen zu uns, wir sind gerade noch auf dem Weg und ja, irgendwie ist der Zopfer komisch geworden, den muss ich mir gleich nochmal neu machen. Ich habe das erste Mal weißen Nagellack drauf, ja, aber, also das ist der Nagellack von Trended Up, aber ich finde den, also der weißen nicht so gut. Ich habe zwei Schichten drauf gemacht und trotzdem hat der nicht so ganz gedeckt und ist streifig geworden, deswegen muss ich gleich nochmal eine dritte Schicht drauf machen. Aber an sich finde ich es eigentlich ganz schön und ja, ich habe eigentlich am 23. noch gevloggt, aber der Tag war so unspektakulär, dass ich selbst keine Lust hatte, das Video überhaupt zu schneiden. Also, ja, deswegen, also da ist wirklich nichts Besonderes passiert. Gestern an Heiligabend habe ich nicht gevloggt, weil das war auch nicht so interessant. Und deswegen dachte ich mir, vlogge ich heute nochmal. Ich muss gleich ein bisschen mein Zimmer noch aufräumen. Eigentlich hatte ich das schon aufgeräumt, aber irgendwie kommt die Unordnung immer so schnell wieder. Deswegen, ja, ich zeige euch mal unseren Weihnachtsbaum. Ich weiß nicht, wann wir zuletzt einen richtigen Weihnachtsbaum hatten und dann dieses Jahr dachten wir uns so, wir wollen überhaupt einen Weihnachtsbaum haben. Und dann haben wir diesen hier rausgekrampt. Das ist so ein ganz kleiner, äh, äh, kleiner Plastikbaum. Und jetzt haben wir diesen Stern hier wieder gefunden. Den hat unser Bruder mal vor Jahren aus Draht gebastelt, weil wir keinen anderen Weihnachtsstern haben. Und den haben wir die ganze Zeit gesucht. Und jetzt... So, ich muss noch das Geschenk für meinen Bruder einpacken. Ich bin so aufgeregt und irgendwie, glaube ich, er ahnt es schon, weil er meinte, er hat schon, er hat vielleicht schon eine Idee, was ich ihm schenken könnte. Und ich hoffe einfach, nicht, dass es das ist, dass er denkt, dass er denkt, ach, ey, wisst ihr, was ich meine? Es ist auch, dass heute nicht mein Weihnachtsgeschenk ist, als mein Weihnachtsgeschenk von mir an mich selbst. Und zwar... Okay, ich packe die Karte mal wieder zurück. Ja, also ich habe mir und mein Bruder halt Konzertkarten für die Purpose-Tour geholt. Und ich bin so aufgeregt. Und ich bin so froh, dass ich es endlich so raussagen kann, weil ich musste es die ganze Zeit für mich behalten. Und ich freue mich so, dass ich endlich Karten für das Konzert habe. Ja, und ich hoffe, er freut sich drüber. Aber ich denke schon, weil er ist auch so ein kleiner Justin Bieber-Fan. Hey! Warte! Richtig ugly, aber egal. Warum liegst du auf dem Boden? Entschuldigst du es jetzt auch? Da sind alle so voll abgestimmt mit unseren Outfits. Und hier kommt es so... Yeah! So. So, hier ist schon das Essen jetzt. Also... Oh Gott, du wirst hier überhaupt alles. Zucchini, Auberginen, Pilze, Ferdellen... Also das Würstchen. Hier haben wir so Butter mit einer Schafskäse und Hackfleisch. Dann Küttle. Ich weiß gar nicht, wie das überhaupt... So Weizengrießtaschen. Ja, genau. Dann sind das, glaube ich... Das sind hier, glaube ich, so Kartoffeln. Hier haben wir noch Hühnchen. Reis. Das Essen mal. Das ist auch so ein Karottendipp. Das hier ist, glaube ich, mit Spinat. Also... Auf jeden Fall nicht genug Essen. Nein, komm mal klar, ja? Also es kommen bestimmt noch 50 Leute. Genau. Könnte nochmal... Oh. Ich dachte, ich habe gut das. Also Ilona packt jetzt das erste Geschenk aus. Ja, weil Ilona es kaputt gegangen ist. Du hast dir aber noch kein neues geholt, oder? Gut. Oh ja. Du hast mir sogar noch geschrieben, das könnte ich wünschen. Sei wahr. Wow, zwei Stück sogar. Ihr seid mir was. Da, wo die... Wie schön ich das Engel packen. Der Tumblr. Ja. Open. Das sieht immer viel besser aus. Guck mir keine Sachen. Das ist sehr schön gemacht mit dem Gutschein. Was ist das? Ein Nilsgeschenk von mir. Ach, wie süß. Oh mein Gott. Ich bin dann irgendwie verletzt. Ich glaube, es ist ein Nilsgeschenk von mir. Wie ist das? 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 Oh mein Gott. Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Das müsste er auch genommen werden. Ich würde es essen. Ich würde es essen. Wie ist das? Du kannst Pübel alles kaufen, ja. Hey, was ist das? Das ist für dich. Achso. Ich hoffe, das ist das Feuer. Ich glaube. Ich glaube, es ist für dich. Wir haben jetzt eben noch so ein bisschen mit Wiele gespielt und jetzt gehen wir, also wir, also wir gehen mit meinem Bruder, meine Schwester und Eva Lupta, gehen jetzt noch in die Stadt und schauen, ob wir da noch irgendwie gemütlich irgendwo was trinken können oder so, weil unsere Eltern werden eben nicht mehr lange wach bleiben. Ich habe auch noch eine weiße Bluse und das habe ich nur an weißen, zu kalt, jetzt muss man mal eine Lederjacke drüber anziehen. Sag mal, soll ich Oli oder Hemd anziehen? Ist mir egal, er zieht ein Hemd an. Hemd? Ja. Ist mir egal, er zieht ein Hemd an. Und ich fahre jetzt gleich. Ich fahre das erste Mal ohne meine Eltern. So, wir sitzen jetzt hier im Weekend und haben uns Cocktails und Nachos bestellt. Ich habe mir einen Maracuja Dream geholt. Es war natürlich alkoholfrei. Oh, man kann es nicht erkennen. Wie ich mich immer so vorbeuge. Da war ich einfach nicht da. Ich antworte einfach nicht. Ich? Mein Outfit. dieses glitzer top ist aber mein lieblings top damals so eine aufnahme wo ich erstmal eine stunde einfach so getanzt habe so wir haben jetzt mittlerweile ich weiß gar nicht wie spät wir überhaupt haben fast 2 uhr und geben uns eben auch die ganze zeit kindervideos angeguckt ja echt cool und jetzt gehen wir auch langsam schlafen morgen sind meine schwester und ihre produkte immer noch da werden wir auch noch mal zusammen den zweiten weihnachtszeit verbringen und ansonsten werde ich jetzt glaube ich erstmal schlafen gehen ich glaube ich werde im blog jetzt noch nicht schneiden weil ich bin so müde und morgen schaffe ich es wahrscheinlich auch nicht den schritt zu schneiden aber ich schaue mal aber ansonsten wird er hoffentlich spätestens übermorgen online kommen und ich hoffe der blog hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten bis zum nächsten Mal